In diesem Video geht es um das Addieren und Subtrahieren von ungleichnamigen Bruchtermen. Du hast hier nun einen ungleichnamigen Bruchterm. 3a geteilt durch 2xy plus 4b geteilt durch 3y. Um ungleichnamige Bruchterme zu addieren, brauchen wir einen gemeinsamen Nenner. Hier helfen wir uns mit einer Tabelle. Der erste Nenner lautet 2xy, der zweite Nenner lautet 3y. Wir füllen die Tabelle nun folgendermaßen aus. In jeder Spalte der Tabelle dürfen nur gemeinsame Faktoren stehen. Beim ersten Nenner haben wir 2xy. Beim zweiten Nenner haben wir 3y. Die erste Spalte ist besetzt durch 2. Die zweite Spalte ist besetzt durch x. Die dritte Spalte ist besetzt durch y. Das heißt, den 3er aus dem zweiten Nenner dürfen wir in die vierte Spalte schreiben. Das y dürfen wir unter das y vom ersten Nenner schreiben. Unser gemeinsamer Nenner lautet nun 2xy3. Und das würde ausgerechnet 2 mal 3 wären 6. 6xy bedeuten. Nun geht es darum, dass wir herausfinden, mit welchen Faktoren wir die beiden Brüche erweitern müssen, um nun wirklich gemeinsame Nenner zu erhalten. Wenn wir in der Zeile des ersten Nenners nachsehen, sehen wir, uns fehlt hier 3. Wenn wir in der Zeile des zweiten Nenners nachsehen, sehen wir, uns fehlt hier 2x. Anhand dieser rot geschriebenen Faktoren sehen wir nun, dass wir den ersten Bruch mit 3 erweitern müssen und den zweiten Bruch mit 2x erweitern müssen. Hier siehst du nun, dass die beiden Brüche erweitert wurden. Der erste, wie wir aus der Tabelle ablesen können, mit 3, der zweite mit 2x. Nun können wir wie gewohnt die Brüche berechnen. 3a mal 3 wären 9a geteilt durch 6xy. Plus 4b mal 2x sind 8bx geteilt durch 6xy. Das Ganze können wir nun noch auf einen Bruchstich schreiben. 9a plus 8bx geteilt durch 6xy. Und schon haben wir unseren ersten ungleichnamigen Bruchterm gelöst. Hier wollen wir nun das gleiche noch einmal versuchen. Allerdings haben wir nun 3 Brüche mit jeweils unterschiedlichen Nennern. Wir nehmen uns nun wieder die Tabelle zur Hilfe. Der erste Nenner lautet 2xy, der zweite 3y und der dritte 6z. Wobei wir die 6 zerlegen in 2 mal 3z. Dann füllen wir die Spalten wieder aus. Dann füllen wir die Spalten wieder aus. 2xy, y untereinander und die 3. Dann haben wir 2, 3 und z. Und unser gemeinsamer Nenner lautet 2xy, 3z. In einem nächsten Schritt geht es nun wieder darum, herauszufinden, mit welchen Faktoren wir die jeweiligen Brüche erweitern müssen. Beim ersten Nenner fehlt uns 3z. Beim zweiten fehlt uns 2xz. Und beim dritten fehlt uns xy. Hier siehst du nun wieder die Brüche fertig erweitert. Wir werden das Ganze wieder berechnen. 3a mal 3z sind 9az geteilt durch 6xyz. plus 4bxz geteilt durch 6xyz. Minus 5cxy geteilt durch 6xyz. Das Ganze können wir wieder auf einem Bruchstrich schreiben. 9az plus 4bxz weniger 5cxy geteilt durch 6xyz. Diesen Hefteintrag zum Adieren und Subtraieren ungleichnamiger Bruchtherme schreibst du bitte wieder wie immer in dein Schulübungsheft. Die Begleitaufgaben zu diesem Video findest du in der Videobeschreibung oder auf meinem Blog. Und ich freue mich auf die nächste Mathematikstunde.